Servus miteinander, ich erzähle euch heute in dem Video, was es alles Wichtiges zu beachten gibt, beim Kauf als auch beim Tragen von einer Kinderkraxe. Jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Damit herzlich willkommen bei Explorer Hotels, dem Kanal für Aktivurlaub in den Alpen. Ich bin der Tobi von Sport Schinderle und ich zeige euch heute alles Wichtige, was es beim Tragen und beim Kauf bei Kinderkraxen zu beachten gibt. Dann fangen wir doch mal mit dem ersten und wichtigsten Punkt an, für was ist denn eine Kinderkraxe da? Eine Kinderkraxe kann man wirklich hernehmen für Spaziergänge, für Wanderungen. Wenn die Eltern mit ihren Kleinen eben in die Berge gehen möchten, die werden dann einfach hinten reingesetzt, damit die Eltern auch mit ihren Kindern in den Bergen Spaß haben können. Eins der wichtigsten Sachen, was es bei den Kraxen zu beachten gibt, meiner Meinung nach ist es wirklich, dass die individuell einzustellen ist, damit auch die Eltern sich abwechseln können mit dem Tragen. Das heißt, dass man eben die Rückenlänge zum Beispiel anpassen kann. Da gehe ich nachher ein bisschen genauer drauf ein. Und ganz besonders wichtig ist eben auch, dass sich die Kleinen hinten drin wohlfühlen. Da bekommt ihr nachher auch noch ein paar Infos von mir. Welche Frage ich oft gestellt bekomme, ist, ab wann kann man denn eine Kraxe hernehmen? Wichtig ist, dass die Kinder von alleine schon aufrecht sitzen können. Ist bei den meisten so im neunten, zehnten Monat. Wenn sie dann eben alleine hocken können, können sie auch ohne Probleme hinten in der Kraxe sitzen. Heißt, es gibt kein konkretes Alter, ab wann man das Kind in die Kraxe setzen kann. Was natürlich auch ein wichtiger Punkt ist, ist das Thema Gewicht. Die Kraxen haben unterschiedliche Gewichte, die der Hersteller auch vorgibt. Bis wie viel Gewicht die Kraxen ausgelastet sind. Fängt zum Beispiel bei 18 Kilo an, geht aber auch bis 25 Kilo hoch. Das ist aber dann bei den Modellen unterschiedlich. Was natürlich für die Eltern wichtig ist, ist der Tragekomfort beim Laufen. Letztendlich ist so eine Kraxe aufgebaut wie ein Rucksack. Bedeutet ganz einfach, dass diese Hüftflossen auf dem Beckenknochen aufliegen sollen. Weil da sollte das meiste Gewicht lasten. Weil der Beckenknochen ist einfach kräftiger wie die Schulter, damit hier das meiste Gewicht lastet. Natürlich sollen auch die Träger und auch das Rückentragesystem sauber anliegen, damit man einfach eine schöne Gewichtsverteilung hat. Ist einfach für die Eltern angenehmer zum Tragen, wenn es nirgends drückt oder zwickt. Natürlich gibt es bei den verschiedenen Modellen Unterschiede. Vom Prinzip sind die Kraxen alle gleich aufgebaut. Ich habe hier mein Tragesystem, was am Rücken anliegt, über die Träger an der Schulter und wie schon gesagt, die Hüftflossen auf dem Beckenknochen. Unterschiede gibt es, wie die Kraxe an sich aufgebaut ist. Wenn wir die zwei Kraxen einmal vergleichen, allein schon das Kopfteil hinten dran ist hier unterschiedlich hoch. Das bedeutet einfach für die Kleinen, wenn sie zum Beispiel schlafen möchten, können sie ihren Kopf einfach gemütlich anlehnen, dass der Kopf nicht nach hinten durchhängt. Auch seitlich ist hier die Lehne ein bisschen hochzogen, damit wenn der Kopf seitlich auch liegt, dass da einfach ein bisschen Unterstützung da ist. Ein weiterer großer Unterschied bei den Kraxen ist natürlich auch, wie kann ich auch meine Kraxe sauber machen. Da solltet ihr beim Kauf auch wirklich drauf schauen, weil die Kleinen sitzen natürlich hinten drin, haben jetzt die Gaudi und es kann vielleicht einmal sein, dass die Kraxe einfach ein bisschen dreckig wird. Schaut es da wirklich beim Kauf drauf, dass man die Polster waschen kann. Es sind meistens über Druckknöpfe befestigt, kann man abziehen, ab in die Waschmaschine und dann ist es wieder schön sauber. Wenn ihr euch eine Kraxe zulegen möchtet, natürlich werden die Eltern ja natürlich sich mal abwechseln beim Tragen. Achtet da am besten drauf, dass man die Rückenlänge hier ein bisschen verstellen kann. Weil wenn wir nämlich Größenunterschiede bei den Eltern haben und ich habe eine fixe Rückenlänge, kann es sein, dass es dem anderen einfach nicht so gut passt. Dass die Hüftflossen nicht gescheit aufliegen oder die Träger nach oben abstehen. Da ganz einfach eine Rückenverstellung wählen, dass man das für jeden individuell anpassen kann. Beim Anziehen einer Kraxe oder beim Aufsetzen einer Kraxe bietet es sich an, wenn die Kraxe schon etwas höher steht. Natürlich soll es sicher stehen, damit die Kleinen nicht rausfallen können. Weil dann tut man sich einfach ein bisschen leichter, die Kraxe aufzuziehen. Ist wie ein Rucksack. Einfach anlegen. Aufstehen. Natürlich richtig verschließen. Wichtig, auch die Hüftflossen schön festziehen, damit hier wirklich sauber das Gewicht lastet. Dann die Träger. Auch noch ein bisschen anziehen. Mit dem Brustgurt kann man das Ganze noch fixieren. Und jetzt kann es eigentlich schon losgehen. Wichtig beim Laufen ist auch, dass man hier hinten diesen Bügel nach vorne klappt. Der Bügel ist für das gut, dass ich die Kraxe einfach abstellen kann. Das Kind sauber reinsetzen, dass da eben nichts umfällt. Zum Laufen sollte man es aber wirklich einklappen, damit ich nirgends hängen bleibe. Und jetzt kann es losgehen. Wenn ihr jetzt Pause machen wollt oder fertig seid, ihr müsst ja die Kraxe natürlich auch wieder ablegen können. Da geht es dann einfach her, klappt den Bügel wieder nach hinten. Geht super einfach. Dann natürlich die Verschlüsse öffnen. Und natürlich auch vorsichtig die Kraxe wieder abnehmen. Weil wenn die Kinder da hinten drin setzen, ist das Ganze natürlich ein bisschen schwerer. Man kann ein bisschen mit dem Fuß dagegen halten und dann kann man vorsichtig das Kind wieder absetzen. Wenn man zu zweit unterwegs ist, kann man sich gegenseitig natürlich helfen. Drum haben die Kraxen hier hinten einen zusätzlichen Griff, dass der Partner beim Aufsetzen helfen kann. Was bei den Kraxen natürlich auch noch wichtig ist, ist die Sitzposition vor den Kindern. Natürlich kann man die Sitzposition entsprechend der Kindergröße einstellen. Gerade die kleineren Kinder, die sollten ein bisschen kompakter in der Kraxe sitzen, weil die oftmals die Körperspannung noch nicht ganz aufbringen können, dass die sauber drinnen sitzen. Drum da ein bisschen enger schneiden. Was bei den Kraxen auch cool ist, die haben hier für die Füße ein paar Schlaufen, wo man eben die vier Seifädler kann, damit die Füße einfach auch ein bisschen entlastet werden. Weil auch für die Kinder, wenn die ja zeitlang da drinnen sitzen, können sie sich mit den Füßen einfach mal ein bisschen hochdrücken, damit das Gesäß auch ein bisschen entlastet wird. Und dass die Füße auch einfach nicht so frei rumbaumeln. Die Sitzposition kann bei den meisten Kraxen dann einfach über Bändel entsprechend angepasst werden. Wenn die Kinder größer werden, dann kann man das gerne ein bisschen lockerer lassen. Es ist überall ein Sitzgurt mit drin, also rausfallen können sie nicht. Da wirklich einfach immer darauf achten, dass man sie richtig angegottet hat. Zu den Unterschieden noch ganz kurz. Wir haben es vorhin schon mal angesprochen. Die Päustochung am Kopf ist natürlich ganz wichtig. Dann Unterschiede gibt es eben hier zum Beispiel, dass ein Sonnensegel extra mit dabei ist. Bei der hier ist es zum Beispiel oben schon integriert. Reißverschluss aufmachen, nach vorne klappen, fertig. Ein weiterer Unterschied ist zum Beispiel noch bei dieser Kraxe hier, ist ein Daypack, also ein kleiner Rucksack zusätzlich noch mit dabei, den man vorne über Schnallen an der Kraxe selber festmachen kann, dass man, wenn man mehr Gepäck hat, eben zum Beispiel Wickelzeug oder ein bisschen mehr Verpflegung für die Eltern, dass man das einfach auch vorne schön tragen kann. Ansonsten haben die Kraxen natürlich genügend Packfächer eben für die Verpflegung für die Kids, ein bisschen Wechselklamotten oder eben auch Wickelzeug. Bevor wir jetzt zum endgültigen Fazit von den Kraxen kommen, hätte ich jetzt noch ein, zwei Tipps für euch. Mal von der Bekleidung beim Wandern, eignet sich natürlich immer ganz gut Funktionswäsche. Viele tragen auch gerne Merino-Klamotten, weil es ist ja auch immer das Thema Schwitzen. Die Kraxen, die haben schon ein Belüftungssystem, es ist allerdings so, schwitzen wird man aber trotzdem. Weil der Rucksack, beziehungsweise die Kraxe mit den Kids dann drin, hat dann doch ein bisschen Gewicht. Man wird zum Schwitzen kommen, aber eben über das Belüftungssystem nicht ganz so stark. Vor der Kleidung her, wie beim normalen Wandern, auch dem Wetter entsprechend immer die Klamotten anziehen. Und ein ganz wichtiger Tipp, die Empfehlung kann ich wirklich jedem geben, durch das, dass ihr relativ viel Gewicht auf dem Rücken habt, könnt ihr gerne Stöcke hernehmen. Wanderstöcke eignen sich einfach ganz gut, um etwas Gewicht auf die Arme zu verlagern, entlastet den Rücken etwas und man hält einfach auch länger durch. Wenn ihr zu zweit unterwegs seid, tut es einfach mal abwechseln. Einfach, damit man wieder die Schultern einfach ein bisschen entlasten kann, ist für jeden dann einfach ein bisschen angenehmer. So, mein Fazit jetzt zu den Kraxen. Die Kraxen eignen sich hervorragend, wenn man einfach auch größere Touren mit den Kindern vorhat. Wenn die das jetzt eben rein konditionell oder körperlich einfach noch nicht ganz schaffen, kann man sie einfach hinten reinsetzen und mit denen wirklich auch größere Touren machen. Macht super viel Spaß mit den Kids in den Bergen unterwegs zu sein. Es ist genügend Stauraum vorhanden für Verpflegung und Gepäck. Allerdings müsst ihr eben auch darauf achten, Thema Gewicht, die Kleinen hinten drin, wenn die dann auch noch ein bisschen rumzappeln, es ist einfach etwas anstrengender zum Tragen. Da auch mein Tipp von vorhin, nehmt einfach die Stöcke her. Bei den Kraxen ist es leider auch so, die sind nicht ganz günstig in der Anschaffung. Mal klar, die kann man sehr lange hernehmen, gerade auch wenn man mehrere Kinder hat, dass man das dann einfach immer weitergibt. Ansonsten findet sich eigentlich immer jemand, der mit einer Kraxen noch was anfangen kann. Habt ihr irgendwelche Fragen oder Tipps auch noch zu Kraxen? Könnt ihr das gerne in den Kommentaren unten mit dazu schreiben. Und falls ihr mehr vom Explorer Hotel sehen wollt, könnt ihr hier klicken. Bis dahin, macht es gut. Servus, ciao.